Ja und herzlich willkommen zurück zu Cyberpunk 2070. Wir sind auf dem Weg zu Vazquez und... Wo die müssen wir mal schossen? Irgendwas schossen? Der Typ, der sich für einen XBD kreuzigen lassen will. Genau da, das Wort habe ich gesucht. Was ist denn hier los? Was ist der Entrance? Wo? Wo? Was ist das? Was ist das? Ja, ja, was ist das Vergleich? Ziemlich viel los hier. Die End ist hier. Hands of Jesus. Das ist für mich. Egal, für alle Menschen, für ihre Leben. Gehen nach, für sie. Hands off, Mirka! Hands off, Jesus! Ne, garande! Oh, glaube ich, keineditzen aus dem Kontrolle hier. Rachel hat dichco gewartet. Vielen Dank. Ich dachte, das wäre eine Tür. Eigentlich halte ich Pimo von NCP-Leuten-Fähren, aber heute ist es wohl so weit. Okay, wahrscheinlich da unten. Stage 9. Gibt es hier eigentlich irgendwas Spannendes? Wahrscheinlich nicht. 4th Wall, The Passion. Das ist echt der Filmstudios. Ziemlich cool. Ich finde. Mit so einem riesigen Trailer. Jetzt war Leris, aber ich kann. Hat was, hat was. Oops. Okay, listen. There's no need to make a big deal out of. Out of what? Chopping up a kid alive? Bus? No, wait, just hold on. I've already got a buyer. We can split it down the middle. Second I get the Yetis, I swear. Hmm. No. You're gonna give it to me now. I really doubt you have a buyer. Honestly, it's the worst Expedie I've ever seen. No real feel to it whatsoever. Alter. Hmm. Thought you look more. I don't know. Professional. Whatever. Get in. Do you think they're professional, Betals? Don't worry, Olga. We'll fix this. Trust me. We'll be on schedule. I'm in the studio. Heartward. Help's on the way. Oh, nee, Rachel. Ich geh gleich. Ich möchte mich kurz noch etwas umschauen. Vielleicht ist es wieder so ein Ort, wo man bloß einmal hinkommt und nie wieder. Deswegen ganz kurz eine Runde hier machen. Alter. Das ist groß. Na? Alles gut. Okay. 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 Stevenson. Ich bin ja immer noch nicht überzeugt davon, was er da machen will. Ich hoffe, dass er irgendwie zu Vernunft kommt. Und auch das, was von mir zu Hause passiert ist. Naja, ich... Weiß ja nicht. Holy Bible. Stevenson. Ich komme gleich. So. Wanted to see me? I wanted you by my side when my soul departs this world. I have no friends. No family. Only strangers as my company. Still a set on scroll in this brain dance. I am more determined than ever. I got pure intentions, I know. But you're putting him to waste doing this. Something like this? It's just not worth you dying for it. It's too late now. There's... There's no going back. I'm... I am so afraid. Will you pray with me? A prayer of your choice. I don't know what to do with my father. Ich will das nicht. W-W-Was? Ich glaube, man kann den gar nicht aufhalten. Waste Zeit hier! Nuh-uh. Kein Weg. Dann bitte, bleib bei meiner Seite. Okay. Puh. Lass uns das machen. Ich möchte es nicht tun und ich kann es nicht tun. Irgendjemand muss doch hier zu Verlumpf kommen. Setz dich auf den Stuhl. Why? Nein. Kann ich aufstehen, bitte? Nee. Father, forgive them, for they know not what they do. Truly, I say to you, today you will be with me in paradise. I'm dead. I'm sorry, I told you. I'm dead. I'm dead. I'm dead. I hate Rachel. I'm dead. It's egal, Hauptsache ihr Geld bekommt sie. I'm dead. Joshua, rest in peace. Das war echt nicht nötig. Probably my hardest gig that, but I got through it. What now? Going home, or I'll sleep for two days straight. Be in touch about your compensation soon. You shouldn't release the BD. The world shouldn't see it. That's not up to you, that's not up to me. Hey, I'll call you. They won't go when I go. I hope they will be in touch with my hands. Und wir waschen die Ärmel runterrutschen. What the fuck? Ich weiß nicht, ob man das irgendwie hätte aufhalten können. Oder wenn ich jetzt die Nägel in die Hände und Füße reingeschlagen hätte, hätte ich das vielleicht irgendwie aufhalten können. Aber ich glaube wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich gibt's hier bloß dieses Ende. Man kann gar nichts tun. Das irgendwie... Joshua retten würde. Rachel Kasich Ich warte immer noch auf das neue Script. Immer dasselbe mit diesen verfickten Drehbuchautoren. Man will irgendwas von ihnen, was sie nicht eingeplant haben. Und dann brauchen sie Stunden für eine winzige Änderung. Ich rufe nachher an und mache ihren Boss mal richtig zur Sau. Alter. Und ihr schaut alle einfach bloß zu. Euch ist das so scheiss egal. Dass jetzt hier einfach ein Mensch gestorben ist. Joshua. Was soll ich dazu sagen? Dann geht's bloß ums Geld. Nichts anderes. Das ist alles, was zählt. Glaubensfrage hinter Gitter. Christen glauben, dass Gott überall ist. Eine Überzeugung, die Joshua Stevenson 36 teilt. Seit er in einem Hochsicherheitsgefängnis zu Gott gefunden hat. Es ist nicht von einem Moment auf den anderen passiert, sagt Stevenson, wenn man ihn fragt, wie es zu seiner Konversion gekommen ist. Ich hatte viel Zeit darüber nachzudenken, was ich getan habe. Und nach einer Weile wurde mir klar, dass ich nichts mehr wollte als Vergebung. Joshua Stevenson wurde für schwere Körperverletzung und Mord verurteilt. Bei seinem Prozess zeigte er keinerlei Ruhe. Weshalb es schwierig ist, seiner Konversion Glauben zu schenken. Vielleicht hat es etwas mit dem riesigen Interesse der Medien an seiner Taufe zu tun? Soll ihm der Medienrummel über seine Konversion vielleicht dabei helfen, auf Bewährung freizukommen? Es wird sich noch herausstellen müssen, ob sein neuer Glaube wirklich ernst gemeint ist. Das ist übrigens auch gerade eine gute Frage. Wurde Joshua entlassen aus dem Gefängnis? Wurde es irgendwo erwähnt? Oder ist er ausgebrochen? Ich weiss gerade gar nicht. Obwohl, wenn ja hier so viele Polizisten sind, wird er wahrscheinlich schon entlassen worden sein. Geh da lieber nicht rein. Ich finde es auch krass, vor allem, dass die ganzen Polizisten, okay wir wissen ja eigentlich, das NCPT ist korrupt wie Sau, dass denen das alles auch scheiss egal ist. Die schauen da einfach zu und machen nichts. Night City. Was soll man dazu sagen? Gibt es hier irgendwo etwas interessantes? Irgendwie eine Collectible oder so? Und vielleicht übersehen würde. Z.B. Eine Chance auf den? Z.B. Eine Chance auf den? Ich schaue mich trotzdem noch kurz mal hier rum. Vielleicht würde ich sonst was verpassen. Wer weiss. Vielleicht können wir nochmal mit Wasks sprechen. Und auf jeden Fall finde ich Rachel sowas von unsympathisch. Ich mag die gar nicht. Ich hoffe wir haben nie mehr wieder etwas mit ihr zu tun. Ich glaube hier ist ein kleiner Film. Ich glaube hier gibt es gar nichts. Er hat jetzt schon wieder geschrieben. Muamar el Capitan Reyes. Schon wieder? Klingt, als hättest du Martinez gefunden oder Martinez dich. So oder so hat jemand ein Paket für dich vorbeigebracht. Ich kann es bei mir zwischenloggen, aber das war es auch schon. Ich bin kein Paketbote. Oh, das geht. Nicht gut. Das ist gut. Und nachher. Bei mir. Wobei. Vorwoll. BD. Und das war. E du bist. Der berupt von Vorwoll Studios. The BD immediately jumped to the top of the charts, and critics have praised the incredible immersion and next-level realism of reliving Joshua's final moments. This day will certainly go down in the history books of entertainment. It's one of the most important milestones. I'll see you soon. I'll see you soon. That's it for this episode of Cyberpunk 2077. Vielen Dank fürs Zuschauen und ja, bis zum nächsten Mal. Was für eine kranke Scheiße haben wir hier erlebt. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.